Du bist nach einem Sturz an der EM, in der du einen Weltcup in Italien auszulassen musst. Wie war es zurück zu ziehen und vor so einer Kulisse? Es war mega cool, es gab richtig viele Fans, die gerufen haben. Es hat sicher Spass gemacht. Der Start ging gut, nachher ein wenig die Substanz gefehlt. Der Rücken hat gehalten und sonst kam die Verletzung an. Am Anfang hast du Jolanda am Hinterrad geklebt. Hast du etwas gepusht oder sogar etwas overpusht? Ja, das ist schon möglich. Ich habe den Start gut verwischt. Da war oben ein Gerangel bei einem Baum. Ich war ausser herum und war dann in einer guten Position. Und jetzt am Sonntag vom Publikum tragen lassen? Genau, das ist das Ziel.